Hallo liebe Zuschauer und willkommen auf unserem Kanal für Butterflies. Heute möchte ich das Playmobil Prinzessinnen-Set, also das Super-Set, aufmachen. Und falls euch das Video gefallen wird, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir freuen uns auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert und tagt das Video auch mit euren Freunden. Als erstes schauen wir uns die Rückseite an. Im Set ist ein Einhorn, ein Pfau, ein Baum, ein Schwan, ein Babyschwam, Blümchen, ein Schmetterling, zwei Figuren, ein Frosch oder ein bisschen Grünzeug und eine Quelle und einen Boden halt. Und jetzt mache ich die Verpackung auf. Also ich habe das jetzt ausgepackt. Das ist jetzt so ein Teich mit dem Boden halt. Hier ist ein bisschen Grundzeug und ein Schwan. Hier ist ein Blumen, Grünzeug, Anleitung. Hier ist dieser Brunnen. Hier ist Dekoration quasi, ein Gold. Hier ist noch der Pfau, der Baum und noch mehr Teile. Hier sind die zwei Figuren mit den Klamotten und ein Horn und so ein Kescher. Und jetzt baue ich auf. jetzt baue ich auf. Hier ist ein Brunnen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020